Grüezi miteinander, wir sind hier an der Industriestrasse 21 in Wädi-Schwil. Da befindet sich seit 30 Jahren die Karosserie Taveri. Wir sind bekannt für qualitativ gute Karosserie-Reparaturen und Lackarbeiten. Mit unserem Data-Liner-Richtgerät sind wir in der Lage, auch grosse Unfallschäden zu reparieren. Mit unserem Laser-Richtsystem können wir die Schäden nach Herstellervorgaben genauestens reparieren. Wir sind heute auch in der Lage, Ihnen alternative Reparatur-Methoden anzubieten, wie das Tele-Drucken oder das Tele-Ziehen, wo wir Ihnen die Parkschäden kostengünstig reparieren können. In unserer Spot-Repeer-Box sind wir in der Lage, auch kleine Lackschäden an Fahrzeugen schnell und kostengünstig zu reparieren. In unseren zwei topmodernen Lackierkabinen sind wir in der Lage, auch Ihrem Auto wieder einen neuen Glanz zu geben. Bevor wir Ihnen Ihr Auto wieder abliefern, wird bei uns ein perfekter Lackfinish gemacht. Ebenfalls sind wir bekannt für unsere Frühlingsbütze, die Sie am Morgen Ihres Auto bringen und am Abend Ihr Auto wie neu abholen können. Wir als innovativen, unabhängigen Karosseriebetrieb bieten Ihnen rund um das Auto einen Top-Service. Mit unserem modernen EDV-Kalkulationssystem machen wir Ihnen jederzeit eine genaue Offerte. Kommen Sie vorbei, denn bei uns hat Qualität Tradition. Kommen Sie auf und auf, und auf und auf. Kommen Sie überall auf!